Okay, erster Video von dem da. Kamera drehen. Ja, auch bekannt als P. Angel oder so. Wir werden gestiftet von Sex-Kinderhörnchen, die Pädophilen. Okay, ist noch eins drinnen, also ist meins. Okay, er hat irgendwas gesagt, egal. Also, wir labern jetzt erstmal so ein bisschen... Geh auch mal weiter, Mann! Der labert irgendwas so von, so, ja, wie man auf die Idee kommt, so eine Scheiße zu machen und so. Eigentlich sollte er das machen, aber gut, mach ich's halt. Oder auch nicht. Ich muss das. Also, ähm... Schleichwerbung? Also, auf die Idee... Hör auf! Auf die Idee kommt man, wenn man andere YouTube-Eos anguckt und sich dadurch aus allem eins baut. Daumen hoch für Kinderhörnchen. Kürz zur Erklärung. Halt, nein! Um auf die Idee zu kommen, muss man krank sein. Aber auch für Kinderhörnchen. Und der geht immer so ab, ne? Nicht nur ein YouTuber, der geht immer so ab. Warte mal, dann kann ich gleich sehen. Also, der da. Ja, also, wir gehen halt immer so ab. Also, ja, auch... Auf einem Skate 3 zappen. Auch, ja. Also, ähm... Ja, ja. Wir gehen beide so ab. Auf so Ideen... Kommt man eben... Wenn man einfach mal nachdenkt... Mh... Und in die weite Ferne hinaus sieht, da ist ein Ballon. Also, guck. Nächstes YouTube-Video geht um einen Ballon. Der ist nicht verliebt und dann Kinder kriegt. Und dann kommen Gummibärchen drauf. Warum, weiß ich selber nicht. Aber wenn die nicht groß sind, dann blasen die Gummibärchen sich so auf und werden zu einem fetten Ballon. Und irgendwann kommen dann auch Böse vom Mars. Und das nennen wir dann... Ballon Attack from Mars. Ne, das ist schon wieder so, 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 so. Hollywood. Ja, wir brauchen ja... Hollywood mit U-T. Nee, Hollywood. Hollywood. Heilige Wut. Hollywood. Ey, Hollywood. Warte mal, heiliges Holz? Also, ähm... Ihr müsst auch noch wissen, so jedes Video gibt es noch so viel mehr Outtakes, als ich reinhau. Weil, ihr seht ja, ich hab so ein über-hyperaktives Lachhormon. Das ist wirklich schlimm. Und ich kann nicht auch mal zu grinsen. Er hatte Fanta in der Nase. Der Call of Duty. Weil der Typ gestöhnt hat und ich's nachgemacht hab. Ja und? Dann musste ich lachen und bin ich vom Stuhl gefallen. Er ist vom Stuhl gefallen, Alter. Der ist kitzelig. Wollte ich nochmal so anmerken. Übelst geile Echo. Das ist auch der. Hahaha. Dein Ruck. Hahaha. Ehe. Alter. Warte nochmal. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Hör auf, hör auf. Also ich bin kitzelig. Da beschweren sich gleich Leute. Heißt doch die Stimme. Hallo. Ich bin im Hauper. Hör doch auf, hör die auf. Wir haben bis jetzt noch nicht rausgefunden, woher diese Stimme kam. Gehen wir lieber mal? Gehen wir. Glaubst du oder glaubst du nicht? Oder wie bei Afro Ninja, das übrigens nicht auf YouTube veröffentlicht ist. Also nicht das Afro Ninja mit dem Afro Ninja. Also das ist von Jan. Genau. Das ist Jan als Afro Ninja. Und da war es auch so. Das müsst ihr euch so vorstellen. Ich mit Zervant und Ketten-Szene. Und ich dann auch noch so voll gefilmt. Und plötzlich, mitten im Film, kommt so ein mysteriöses. Hallo? Und dann, waren wir erstmal so voll geschockt. Im Handy war nichts. Und am Telefon von Jan auch nichts. Und warte, warte. Draußen war niemand. Die Türen waren zu. Und es kam aus dem Raum. Hammer. Hallo? Hä? Was war das jetzt? Scheiße. Hä? What the fuck? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Hä? Scheiße. Hä? Was war das gerade? Wir filmen halt immer und nur. Immer. Also eigentlich jeden Tag, wenn wir uns treffen. Übrigens, P-Angel war er dabei. Er hat gefilmt. Und... Und ich hab mich versprochen. Ich hab irgendwas mit... Mit dem Kind. Ich kann... Ich kann das... Ich werde dieses Kind verschwinden können. Ja, genau. Ich werde dieses Kind verschwinden können. Ich werde dieses Kind verschwinden können. Ja, ich kenn das. Ich bin P-Angel. Ich weiß alles. Ihr müsst nur an eure Gedanken... Okay. Das nervt so langsam. Ich hab doch schon aufgehört. Du hast da immer noch... Warte. Oh, ich glaub, du hast noch ein bisschen Schokolade im Gesicht. Da hängt's. Weg nachher. Ja, jetzt ist es weg. Aber ich glaub, man sieht mich nicht immer. Vielleicht hab ich mit dem Außenklick, weil ich beim Daumen auf Auskamer ist, glaube ich nicht. Dann gucken wir mal nach. Ja. Also. Es werden... Es werden 100 pro noch Videos von uns kommen. Auch mit ihnen, denke ich mal. Das wird noch klappen. Bein. Arm. Ja, das war in meinen Armen. Das war voller Arm-Checks. Und jetzt, wie macht man sich zu einem Super-Seitschen in 20 Sekunden? Pass auf. Ja, Power! Okay. Mach nochmal. Mach nochmal. Ach, scheiße. Also. Du musst jetzt aber schreien. Okay. 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 Also hier ist... Nein, noch nicht. Hier ist alles wow. Wir werden gestiftet von Sex-Kinderhörnchen. Die Pädophilen. Daumen hoch für Kinderhörnchen. Daumen hoch für Kinderhörnchen. Daumen hoch für Kinderhörnchen. Doors für Kinderhörnchen. ivityhörnchen. Daumen hoch für Kinderhörnchen.